Aufbau und Funktion einer Thermostatmischbatterie Mit dem Temperaturwahlgriff wird die gewünschte Auslauftemperatur eingestellt. Der Sperrknopf bei 38 Grad Celsius verhindert das versehentliche Anwählen von höheren Temperaturen für Prüfungsschutz. Die gewünschte Wassermenge wird über das Auslaufventil freigegeben. Kaltwasser und Warmwasser strömen über Schmutzfangsiebe mit Rückflussverhinderer durch die Spalte am Regelventil zum Mischwasserausgang. Ist das Mischwasser zu warm, dehnt sich das Dehnstoffelement aus und verschiebt das Regelventil so, dass mehr Kaltwasser zuströmen kann. Ist das Mischwasser zu kalt, zieht sich das Dehnstoffelement zusammen und schiebt das Regelventil wieder zurück, sodass mehr Warmwasser zuströmen kann. Mischwasser zu kalt, zieht sich das Dehnstoffelement aus und schiebt das Dehnstoffelement aus. trapped das Dehn musi starken. Testoster ein, WAIT zur D-N��세요, schiebt das Dehnstoffelement aus. B altijd ein Diren der Gewustmache浄 Bis zum nächsten Mal.